So meine Damen und Herren, Willkommen zu einer neuen Runde CSGO All Pistols, ich bin richtig hyped, weil ich habe den Typen aus der USPS-Oni-Runde, die ich gerade direkt vorher aufgenommen habe, ähm, hier habt ihr wahrscheinlich irgendwie vor einer halben Woche bis Woche wahrscheinlich irgendwie mal gesehen, wenn nicht, dann müsst ihr das unbedingt tun. Schade. Aber er hat geschrieben, good luck, have fun. So. Also er hat geschrieben, good luck, have fun, aber gerade von der Reaktion her würde ich eher sagen, dass er keine Ahnung hatte, dass ich das bin. Also entweder werde ich ihn jetzt komplett zerficken oder, ähm, wow, er schreibt IS, weil er die, weil er eine Runde hat. IS. Rushing Noob. Wow, ich bin, ich wäre an seiner Stelle echt stolz auf mich, dass ich so viel Englisch kann und Rushing Noob schreiben kann. So, wir nehmen jetzt die Nico, ich bin nämlich Todeslob. Erre genommen. Ja, der Typ ist glaube ich richtig... Der Shot war sogar geil. Ich habe gerade echt, ich glaube, ich hatte selten so Spaß in der US-Runde. Und der Typ hat 1.500... Ne, ich glaube 1.000 Stunden nur. Wow, dieser Typ, der ist so full tilt auf mich. Ich glaube, ich habe einen geilen Videos drin. Das spricht schon mal für mich. Hi, hi. Ich glaube, der Typ ist mehr als nur full tilt. Das finde ich sehr schön. Nope. Nope. Alter, dass der Schuss eine halbe Stunde lang nicht connected hat, finde ich offen gestanden. Sehr dreistig. Nur damit er endlich mal CSGO quittet. Oh lol. Der Schuss war sogar einigermaßen nice. Das muss ich ihm jetzt mal an der Stelle lassen. Heißt, wir nehmen jetzt mal die beste Werfe im ganzen Game. Hallo. Danke. Und triggern ihn weiter. Hi. Perfekt. Der beschätzliche Beraschen. Ich verstehe die Leute einfach nicht. Die sagen... Die sagen einem Typen, gegen den sie gerade verlieren, die sind Noobs. Also wenn man das gegen Cheater macht, von mir aus. Aber wenn du das gegen Legit Player machst, dann ist das komplett dumm. Weil wenn du gegen einen Noob verlierst, dann bist du letzten Endes noch der größere... Alter, wie... Also ganz kurz, wie konnte der gerade keinen Schuss treffen? Ehre genommen! Vorhaut genommen! Ja, komm, machen wir wieder mal eine schöne Technaden-Taktik. Aber vor allem, der beschwert sich über rushende Noobs. Rush dann zu mir und teilweise mit Dual Beasts oder so. Das, liebe Fische, war es an der Stelle. Ja, ist klar. Noob Rush, Axa, Axa. Ah ja, moin. Wer kennt's nicht? Ich müsste jetzt eigentlich mal meinen Spambot anschmeißen und den Typen aufs Übelste wegtriggern. Ich meine, er ist gar nicht mal so viel schlechter als ich, aber es fängt schon damit an, dass er 1000 Spielstunden in diesem Drecksgame hat. Alter, diese Server sind teilweise auch komplett broke. Die Tatsache, dass wir Dual Beasts spielen, spricht jetzt gerade wirklich nicht für mich. Was ein Vollidiot. Gay Noob? Ah ja, moin. Das sagt ja schon mein Name, ne? Dumm am Gay. Ich muss aufhören, anzunehmen, dass die PvP Pro Server nicht komplett broke sind. Ease. Play. You're scared. Ah ja, bestimmt bin ich scared von einem Typen, der nichts hinbekommt. Sack, 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 oder sowas. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Ein Mate hat mir mal erzählt und der ist groß, deshalb weiß er das, glaube ich. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Like für diesen Typen da. Bis dann. Ciao.